3, 2, 1, let's gooo! Alter, Alter! Jetzt kommt das Monster. Das kommt! Da hinten! What the fuck, Alter! Da kommt's? Wie geil ist das denn? Alter! Alter! Wer ist er denn? What the fuck, Alter! What? Jetzt wird der Community das Teil der... Komm mal her, ich hab mir die beste Aussicht. Alter, beide Monster, nur wo ich bin. What the fuck, Alter. Nee, der ist endlos. Ich bin jetzt bei dem Monster. Und jetzt startet der Roboter. Der Roboter geht hoch! Wie krass ist das denn? Burzilla 2.0! Alter! Ja, halt einfach das Gebäude auf dem Rücken... Der Roboter läuft los! Ja. Alter, ist das episch, Leute! Siehst du irgendwas? Hahahaha! Hahahaha! Hau dir diese Lupe kaputt! Alter! Oh, jetzt geht das Battle los! Es geht los! Alter! Hat's halt nicht mehr interessiert hier! Das Monster teilt jetzt aus, Junge! Alter! Jetzt geht's! Hier Action! Alter! Hahahaha! Hahahaha! Junge! Jetzt soll es mitten in der Straße dabei! Oh, jetzt, Alter! Oh, jetzt gibt's mich! Nice! Alter! Wie geil ist das, Leute! Alter! Ich hab richtig Gänsehaut, Leute! Da oben kommt der Bär, äh, der Roboter kommt wieder raus! Ah, ja! Wo? Da hinten wieder! Wo sie reingehen, ich dann auch! Komm, steh dich mal nach rechts, da! Da hinten kommt er! Oh, jetzt kommt die Antwort! Alter! Alter! Au, nee! Alles klar denn! Ich muss mal landen für ihn und rius epic mal Zeit und he kann es nicht fahren! W42! VadåTF! Alter! Ja, Mann! Alter! Könnte ich das bei dir denn schnell und mache loben? Uu mów! Alter! Er hat einen Arm verloren! Ja. Nicht einen Reifen, sondern einen Arm! Speул! Nee, steht wieder auf! Nein, steht wieder auf! der transformer ist auch hier aufs maul geflogen alter alter ah ja okay what the fuck what the fuck was passiert hier und jetzt gibt es alte schöne aber cut ja er zerstört was heute auch wieder was er näht sich da auf die keule als halter nein nein oh das war game over der roboter gewinnt tatsächlich okay der roboter ist nicht gedacht und tschüss was passiert passiert noch was jetzt kaum jetzt lass noch mehr die röden runterknallen alter also er ist noch da jetzt ist er weg er blüht als schöner stern alter das skelett liegt jetzt da und das schwert hängt drin hier sieht man will insel kegel bei 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 der torna linken ja